Die große Loraweta-Station nach einem Jahr unverändert an ihrem Standort. Mechanisch sieht die Konstruktion recht gut aus. Wir haben hier ein paar Spinnweben, aber ansonsten kein Rost. Sieht soweit ganz gut aus. Ich grüße meine lieben Zuschauer, Alex hier, Freunde, folgende Situation. Der Sommer steht vor der Tür und ich hoffe für mich, auch für euch, es wird ein sehr warmer, ein sehr schöner Sommer. Und damit wir das Ganze monitoren können, egal ob jetzt am Balkon oder im Garten, irgendwo am Feld, wo auch immer ihr die Station stehen habt, brauchen wir eine funktionierende Wetterstation. Und ihr könnt euch sicher erinnern, vor einem Jahr, da habe ich euch hier die große Loraweta-Wetterstation präsentiert. Falsch, es ist eine Loraweta-Station, hat mit Loraweta-Weta-Station nichts zu tun. Und ich denke, es ist jetzt hier nach einem Jahr mal Zeit, dass wir hier ein Update machen. Optisch sieht die Station ja recht gut aus. Die wird jetzt aber von mir noch gereinigt und dann schauen wir uns auch hier nochmal im Detail an, das Ganze, ob hier irgendwelche Schäden entstanden sind, speziell durch den Winter oder so. Aber auf den ersten Blick sieht das Ganze mal ziemlich gut aus. Wichtigstes Thema, es wird in dem Video die Wetterstation Lorawarn kompatibel gemacht. Denn das haben sich einige gewünscht, weil aktuell ist es ja so, hier ist schon der ESP32 mit Lorawarn verbaut. Ihr braucht aber dann einen zweiten ESP32, der die Daten empfängt und dann über HTTP an einen Server weiterleitet. Und der Wunsch ist wirklich mehrfach aufgekommen. Alex, zeig mal, wie verbindet man das Ganze mit den Lorawarn? Wir haben in letzter Zeit sehr viel gemacht. Ich werde jetzt hier nicht über das Thema Lorawarn groß sprechen. Ihr findet dann hier diesen Source-Code und die Beschreibung, wie man das integriert. Alles auf meinem Blog. Und eine Sache ist auch noch, die ich euch leider mitteilen muss, die Station ist aktuell defekt. Und ich habe ja damals gesagt, ja, das ist die beste Station und die wird wartungsfrei sein und die wird lange halten. Und so ist nicht ganz so der Fall. Wobei ich sagen muss, es war so, also bis zum November, über den ganzen Sommer. Ich habe die im April gebaut, habe die von da an durchgehend in Betrieb gehabt. Im Sommer, es war eine Woche Schlechtwetter, es hat überhaupt kein Problem gegeben, die Station ist gelaufen. Auch im September, Oktober noch, wo schon einige kalte Nächte waren, hat es auch noch funktioniert. Und dann im November, da war es dann kurzzeitig mal weg, die Station. Dann war sie tagsüber wieder da und auf Nacht, so wie die Sonne untergegangen ist, war hier wieder aus. Und irgendwann hat sich die überhaupt nicht mehr gemeldet. Und die Vermutung liegt nahe, es wird wahrscheinlich der Akku sein. Ihr wisst, Lithiumzellen, die mögen es nicht besonders kalt. Es war ein strenger Winter. Wir haben im November hier bereits minus 15 Grad in der Nacht gehabt. Und ich denke mal, dass diese Temperaturen den Akku den Rest gegeben haben und der wird wahrscheinlich verstorben sein. Das heißt, den werden wir austauschen. Hier möchte ich aber jetzt einen anderen Akku verbauen, der dann ein bisschen kältebeständiger ist. Und das ist jetzt hier so Thema dieses Videos. Viel Spaß! Bevor ich das Ganze jetzt hier zerlegen anfange, möchte ich hier nochmal mit euch meine Erfahrungen teilen, wie das Ganze jetzt hier so nach einem Jahr aussieht. Zum einen muss ich mal sagen, von der mechanischen Seite her, ja, es wackelt hier ein wenig. Das hat es aber davor auch schon getan. Ihr wisst, ich bin kein Mechaniker, da bin ich nicht so besonders begabt. Und meine Begabung liegt eher bei der elektronischen Seite oder bei der Softwareentwicklung. Das sind so meine Themen. Mechanisch bin ich froh, wenn ich das Ganze überhaupt schon irgendwie so konstruieren kann. Auf jeden Fall, es hat gehalten. Auch die ganzen Sensoren. Es gab nie einen Sensorausfall, muss man auch dazu sagen. Zum Solarpanel selbst, da brauchen wir nicht viel sagen. Das hat zuverlässig funktioniert. Und die Zelle vorne ist noch schön sauber. Also hier ist auch nirgends etwas angegriffen worden von der UV-Strahlung oder so. Ich denke mal, dass die auf jeden Fall noch viele Jahre halten wird. Und selbst nach zehn Jahren, wenn die wirklich schon ziemlich angegriffen ist, denke ich mal, falls sie das überhaupt so ist, ich weiß nicht, wie gut jetzt hier der UV-Schutz ist, aber falls es mal so ist, denke ich, wird die noch immer genug Energie liefern hier für diese ganze Elektronik. Windrad selbst, gibt es auch nicht viel zu sagen. Das Ganze ist ja nur verklebt hier in diesen Alu-Rohr. Aber haltet aber. Und auch hier von der Sauberkeit, das ganze Windrad, es ist leicht schmutzig, es ist ein bisschen Blütenstaub drauf. Und man sieht auch hier, es ist leicht von der UV-Strahlung angegriffen. Aber das ist überhaupt kein Problem. Ich habe auch hier genau die gleichen Windräder oder diese Anemometer schon im Alter von fünf Jahren irgendwo abgebaut. Und die werden dann zwar gelblich, aber von der Funktion her gibt es hier überhaupt keine Probleme. Dann, hier geht es weiter mit diesem Gehäuse. Auch hier bin ich sehr zufrieden. Der Hersteller wirbt ja hier mit einem UV-Schutz. Und ich sage mal so, nach einem Jahr im Freien, das kann man auf jeden Fall lassen. Da bin ich sehr zufrieden, wenn man das hier reinigt. Ich denke mal, dass das dann aussieht wie neu. Zu dem Sensor selbst. Ich bin auch sehr zufrieden. Was mir hier aber aufgefallen ist, dass es hier leicht kondensiert im Sommer. Das heißt, hier beim Zusammenbau, das Ganze ist ja mit so einem Korken luftdicht verschlossen. Da dürfte Feuchtigkeit reingekommen sein. Und das sollte man vielleicht vermeiden. Also bevor man das zusammenbaut, würde ich das vielleicht irgendwo erhitzen oder irgendwie schauen in der Sonne, dass das wirklich sehr gut austrocknet. Denn sonst bilden sich hier oben so kleine Tröpfchen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es hier jetzt die Funktion nicht eingeschränkt hat. Aber irgendwie sollte man versuchen. Oder man legt so wie es oft im Schuhkarton oder wo ist irgendwo so einen kleinen Feuchtigkeitsbeutel rein. Da ist ja nur so ein Salz drin oder so. Vielleicht hilft das auch was. Könnte man eventuell mal drüber nachdenken. Aber soweit kein Problem. Bei dem Gehäuse weiß ich jetzt noch nicht. Das werden wir jetzt hier öffnen. Die Box, wo unsere Elektronik und die Batterie drinnen ist. Hier weiß ich nicht, wie es aussieht. Und ob jetzt hier Wasser reingekommen ist oder nicht. Aber da schauen wir uns jetzt hier gleich im Detail an. Auch hier in den Sensorkopf möchte ich einmal hineinschauen. Als erstes schaue ich hier nochmal in den Sensorkopf hinein. Zu den Sensoren, wie es da drinnen aussieht. Ich muss jetzt hier selbst mal überlegen. Das Ganze ist ja hier nur irgendwie verdreht. Es geht jetzt ein wenig schwer. Wahrscheinlich ist hier etwas Schmutz drinnen. Und jetzt muss ich selbst überlegen, wie geht das nochmal auf. Ich glaube hier genauso drüber. Mit den Kabeln, da habe ich ja ziemlich gespart. Also die sind hier recht kurz. Hier oben habe ich einen Verschluss hinaufgeklebt. Einfach hier nur zum Schutz vor Feuchtigkeit, vor Regen. Und ich weiß, es könnte hier drunter zu einem kleinen Hitzestau kommen. Ich nehme mal an, dass das Ganze hier schon einen Großteil davon wegnimmt. Aber lieber habe ich hier einen Grad mehr, als wie ich muss hier jedes Jahr oder jede fünfte Woche oder was weiß ich wann hier den Sensor tauschen, weil hier Feuchtigkeit reinkommt. Ich sehe jetzt aber hier Schrauben. Es ist alles sauber hier auf der Leiterplatte. Man sieht jetzt hier nicht wirklich etwas, dass hier viel Wasser dazu gekommen sein könnte. Und an der Rückseite, es ist hier alles verklebt, auch das Kupfer. Es ist nichts oxidiert. Und ihr werdet das jetzt hier nicht sehen. Aber hier beim Sensor drinnen sieht es auch ganz gut aus. Also von der Feuchtigkeit her dürfte das Ganze gut gehalten haben. Wir sehen hier ein wenig Schmutz, der hier reinkommt. Und ja, ist ja ganz klar, Blütenstaub und alles, was halt hier so in der Luft ist, das geht halt rein. Und jetzt schauen wir hier nochmal in die Box rein. Das Ganze ist hier auf zwei Schrauben verschraubt. Ich sehe jetzt aber hier schon auch, dass die Schrauben nicht rosten. Die fangen gerne rosten an. Und man hört auch hier schön, dass das Ganze etwas hier sich verklebt hat. Aber das passt eh. Also ein Loctit oder so habe ich, oder Loctet oder wie es immer heißt, habe ich hier jetzt nicht reingegeben. Brauchen wir nicht. Und sonderlich geschützt gegen Spritzwasser ist es ja eigentlich auch nicht. So, jetzt der große Moment. Wir heben hier nochmal den Deckel ab. Und es sieht gut aus. Also Wasser dürfte keins eingedrungen sein. Die Zelle ist nicht explodiert. Und jetzt werden wir hier einfach mal am Solarpanel eine Spannung anlegen. Und dann können wir hier ja mal messen beim Akku. Aber ich denke mal, dass wir hier überhaupt keine Spannung mehr haben werden, dass der vermutlich tot ist. Und was ich jetzt hier auf jeden Fall vorhabe, ich habe mir gedacht, warum alles in so ein kleines Gehäuse reinquetschen. Da kann man doch auch hier ein größeres machen. Brauchen wir sowieso. Der neue Akku ist etwas größer. Und dann kommt man hier auch leichter dazu. Das Ganze ist wartungsfreundlicher. Also dieses Gehäuse, das möchte ich hier jetzt in dem Video auf jeden Fall wegbauen. Oder ich denke, dass ich hier die Kabel alle neu einziehen muss. Ich werde jetzt hier einfach mal den Akku hier ausbauen und dann hier die Spannung einfach mal messen. Ich denke mal, dass wir hier gar nichts haben werden. Ich hoffe, den bekommt man hier noch raus. Der ist hier rein verklebt, aber ich sehe schon, das Ganze geht hier recht leicht heraus. Und jetzt werden wir hier einfach mal die Spannung messen. Stolze. Was haben wir hier? Zwei Volt, oder? Ich kann hier den Messbereich einmal ändern. Okay, Spannung ist aber da. Spannung ist da. Zwar viel zu wenig. Aber den könnte ich hier nochmal probieren, aufladen. Also anscheinend am Akku. Ja, wissen wir nicht. Wir brauchen ja 3,7 Volt. Das Ganze hat eine Sicherheitsabschaltung. Also das werden, ich werde das jetzt hier nochmal probieren, aufladen und dann werde ich hier die Kapazität messen. Ich berichte euch. Ich will jetzt aber trotzdem einmal wissen, ob das Ganze noch funktioniert. Vielleicht ist ja auch hier irgendwie mit der Software etwas passiert. Wissen wir ja nicht. Kann ja auch passieren. Ich habe hier ein Labornetzteil. 3,7 Volt sind hier eingestellt. Und jetzt speisen wir das Ganze hier einfach mal. Das Gateway ist in Betrieb. Ihr seht ja schon die Wetterstation. Die war zuletzt online vor 250.000 Minuten oder was. Und ja, ist schon eine Zeit her. Ich gebe jetzt hier auf jeden Fall die 3,7 Volt hier einmal hinauf. Und dann warten wir ein paar Sekunden. Stromaufnahme ist da. Mit circa 20 Milliampere. Und wir schauen jetzt hier mal auf meiner privaten Wetterseite, ob hier dann neue Daten ankommen. Ich habe jetzt mal 5 Minuten gewartet und leider hier noch immer kein Erfolg. Es kann sein, dass hier der ESP32 die Software verloren hat. Das wäre nicht das erste Mal, dass hier sowas passiert. Das kann durch Unterspannung schon passieren. Die Erfahrung habe ich gemacht. Und der ESP32 selbst dürfte aber funktionieren. Denn er zieht hier fast 30 Milliampere an Strom. Und wenn ich hier den Reset drücke, dann geht der Strom hier auf 0. Das heißt also hier beim ESP32, da passiert auf jeden Fall noch etwas. Das heißt, ich kann auch ausschließen, dass hier dieses Laderegler-Board hier, der kleine, der TP4050 oder wie der heißt. Die weiß jetzt nicht auswendig oder 4560 oder so glaube ich, ist ja egal. Also der dürfte dann auch nicht defekt sein. Weil die Batterie geht ja hier in diesen Laderegler hinein und geht dann einmal weiter zu dieser Lithiumzelle. Da ist ja jetzt hier unsere Stromversorgung drauf und geht dann hier auch weiter zu dem. Das heißt, genauer gesagt vom Solarpanel kommen hier die 12 Volt. Die werden hier runtergewandelt auf die 5 Volt. Der arbeitet mit 5 Volt und lädt dann über diese 5 Volt die Lithiumzelle und versorgt den ESP32. Und sollte hier eine Unterspannung stattfinden, schaltet der den ESP32 aus. So ist eigentlich dieser Ablauf hier und ja, ich werde dem Ganzen jetzt auf der Spur hier bleiben. Und hier werde ich jetzt einfach mal die Originalsoftware noch einmal hochladen und dann kann ich euch berichten, ob es funktioniert oder ob wir weiterhin ein Problem haben. Auf jeden Fall grenze ich den Fehler jetzt hier schon mal beim ESP32 ein. Freunde, bad news. Ich habe den jetzt hier am Computer angeschlossen mit dem Arduino IDE und habe dann hier im eingebauten Zustand das Programm so hochladen wollen. Hat nicht funktioniert. Der Arduino IDE sagt zwar, ja, Upload war erfolgreich, aber im Serial Monitor wurde nichts ausgegeben. Auch beim Gateway ist nichts angekommen. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist irgendwo ein Kurzschluss. Das kann ja auch passieren, ich nehme den hier mal raus als Standalone und schließe den dann direkt einfach nochmal per USB an mit der USB-Stromversorgung und lade das Programm noch einmal hoch. Hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich so ein Hello World Programm hochgeladen, was einfach über den Serial Monitor was ausgibt, damit ich hier sehen kann, ob die Software überhaupt irgendwie noch funktioniert. Auch das hat nicht funktioniert. Jetzt kann es natürlich sein, dass hier irgendwo was anderes Software technisch beschädigt ist. Bootloader oder hier mit einem Flash oder so, man könnte da mal was anderes drauf flashen oder so, könnte man probieren. Ob jetzt hier ein Software-Deffekt oder ein Hardware-Deffekt vorliegt, kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Da ich aber von dem Board so viele herumliegen habe, also wenn ich von allen nur so viele hätte wie von diesen ESP32 Lora Boards, das wäre schön. Jedenfalls, ja, wir werden hier einfach das Board austauschen und ich werde hier trotzdem dann bei Zeiten noch einmal probieren, hier mit dem Bootloader und so ein bisschen herumzuspielen. Vielleicht habe ich dann weitere Erkenntnisse, was da passiert ist. Fakt ist für mich auf jeden Fall, der dürfte wahrscheinlich aufgrund einer Unterspannung irgendeinen Schaden bekommen haben. Egal ob jetzt auf Hardware-Seite oder auf Software-Seite. Und hier wissen wir auch, die Lithium-Zelle hat 2,8 Volt und die sollte aber 3,7 Volt haben, weil selbst bei 3,7 Volt ist sie ja eigentlich schon, kann man sagen, leer. Meistens haben die ja dann 3,8, 3,9 Volt, wenn sie wirklich vollgeladen sind und man lädt die ja sowieso mit 4,2 Volt in etwa auf. Und ich werde das mit dem Labornetzteil händisch mit der Strombegrenzung machen, einfach so, weil es mich interessiert, kann man die noch retten. Aber grundsätzlich kann man mal sagen, die Zelle ist auf jeden Fall defekt. Und die Station ist seit November offline, die war aber jetzt die ganze Zeit draußen, hat immer viel Sonne bekommen in den letzten Wochen. Also die müsste eigentlich voll sein, ist sie aber nicht. Das heißt, auch hier haben wir ein Problem, der hat die Zelle nicht mehr geladen. Das kann aber aufgrund dieser Tiefenentladung schon sein, dass der dann sagt, die Zelle, die ist defekt, die lade ich nicht auf. Und dass das halt hier in November irgendwann passiert ist, nach ein paar Wochen, wo hier vielleicht keine Sonne war. Das weiß ich ja jetzt nicht mehr so genau, wie damals das Wetter war. 4 Grad hat es zuletzt gehabt, also warm war es nicht. Und ich lasse das jetzt mal so, es kommt ja ein neuer Akku, es kommt ein neues Gehäuse. Ich werde das Ganze jetzt hier zerlegen, ich werde euch hier mal zeigen, was ich hier ändern werde. Die wichtigsten zwei Sachen. Zum einen mal, ich habe hier ein deutlich größeres Gehäuse. Das wird hier raufkommen, weil ich habe mir mal gedacht, die Station hat ja eine gewisse Größe. Wir müssen ja nicht alles hier unbedingt reinquetschen in dieses kleine Kästchen hier, in diese kleine Box. Das ist mal das eine, das heißt, hier kommt ein deutlich größeres Gehäuse drauf. Auch wenn das jetzt hier, wenn nicht einmal die Hälfte hier vom Platz gebraucht wird. Ich habe halt jetzt nur dieses eine Stück hier. Ihr könnt ja hier auch ein kleineres nehmen. Aber das ist mal Teil 1, das heißt, das Ganze wird hier abgebaut. Ich muss selbst mal schauen, wie komme ich mit den Kabel zurecht. Die sind ja alle hier recht kurz. Ob ich jetzt hier den ganzen Kabelbaum tauschen muss oder ob ich die irgendwie verlängern kann. Und ich muss sowieso erst mal probieren, das Ganze hier wieder zu lösen. Das ist ja hier hinauf genietet worden. Und dann habe ich noch eine zweite Sache. Das ist der neue Akku. Und das ist jetzt keine Lithiumzelle, sondern ein Nickel-Metall-Hydrid-Akku. 3,6 Volt. Der hat 3,7 Volt. Ja, ist ein wenig drunter. Aber diese 0,1 Volt spielt für mich überhaupt keine Rolle. Und ich möchte auch hier denselben Laderegler wieder verwenden. Auch wenn das jetzt hier für Lithiumzellen ist, ich weiß nicht, wie gut das jetzt funktioniert. Das werde ich hier ausprobieren. Das werden wir sehen. Normalerweise sehe ich hier kein Problem. Und warum gehe ich jetzt hier auf so einen Akku? Na, ganz einfach. Ihr werdet sicher schon mal so eine Solarleuchte, die man so im Garten irgendwo ins Blumenbett reinsteckt oder wo auch immer, zerlegt haben. Und da sind genau dieselben Zellen drin. Und mir geht es da einfach um den Winter, wo ich dann sage, wenn es jetzt hier mal Minusgrade hat, das macht der Zelle hier nichts. Während die wirklich drunter leidet oder so wie in dem Fall jetzt auch hier kaputt geht. Sollte bei denen hier nicht passieren. Das heißt, wenn es hier mal Minusgrade hat, diese Nickel-Metallhydrid, die haben da kein Problem. Und ich denke mal, dass das auch hier mit dem Laderegler funktionieren wird. Das müssen wir aber erst ausprobieren. Ansonsten bleibt mir hier nichts anderes übrig, als wie das eventuell selbst zu entwickeln, so eine Laderegelung. Aber ich will jetzt hier keinen großen Aufwand betreiben. Ich werde das jetzt hier einfach so mal probieren. Und ich werde das jetzt hier einfach so mal probieren. Den Akku lasse ich jetzt hier manuell über mein Labornetzteil aufladen das heißt hier mit 4,2 Volt Ladeplus Spannung und eine Strombegrenzung von 20 mA gebe ich auch hinauf das ist jetzt ganz wichtig, der Akku hat hier 500 mA, ich habe jetzt hier 200 mA Höchstladestrom den er jetzt auch hier nehmen wird und das lassen wir jetzt hier einfach einmal so eine Zeit laufen und wenn der Akku sich erholt, dann geht er mit der Spannung rauf auf die 4,2 Volt und der Strom geht eigentlich nahezu null hinunter, wenn er noch funktionieren würde, ansonsten sehen wir das eh das Gehäuse ist montiert, mit den Kabel bin ich hier durchgekommen und ich denke, dass die auch von der Länge her ausreichend sein werden, das wird sich ausgehen die zwei langen hier sind vom Anemometer, das Anemometer muss ich ja nach oben wegziehen wenn ich das tauschen möchte, deswegen habe ich das damals auch dementsprechend lange hier gelassen hier haben wir noch die 12 Volt vom Solarpanel oder vom Photovoltaik Modul und da habe ich auch die Aderhülse hinauf bekommen und das Ganze ist jetzt hier so in einer Blockklemme drinnen und auch das werden wir hier verlängern, sollte sich dann ausgehen die Kabel hier, auch hier wird Silikon reinkommen und das kann man dann auch so lassen normalerweise müsste man hier noch irgendwas drüber machen, denn es kann ja passieren durch Bewegung, dass die Kabel hier scheuern, es handelt sich hier um eine Wetterstation die wird aufgestellt, die steht, da bewegt sich nichts, da wird es jetzt nicht so dramatisch sein aber zum Beispiel bei irgendeinem Fahrzeug oder bei irgendeiner Industrieanlage oder so hier irgendwo ein Lochbohren Kabel durchziehen, einfach so, das wäre ein absolutes No-Go aber für da können wir es belassen und vor allem, ich wollte ja auch hier jetzt nicht die Kabel ausziehen ich kann die originalen Kabel belassen, denen fehlt ja nichts dann habe ich hier isoliert das Ganze schon, dass auch hier kein Wasser eindringt ganz normal mit Silikon, der ist auch unter der Schraube dann habe ich das gleich fest verschraubt, das habe ich jetzt auch hier eine Nacht trocknen lassen und somit ist das fertig eine kleine Bohrung kommt hier auch noch rein denn sollte irgendwo mal irgendwie Wasser eindringen dann rinnt ja das immer nach unten und das kann dann auch hier abtropfen das ist kein Einstieg, dass sich hier Insekten einnisten können oder so sondern es wird einfach nur ein ganz kleines Loch werden, so, dass halt hier, wenn sich Tropfen bilden dass ich die im schlimmsten Fall hier dann sammeln und das Ganze dann hier abtropfen kann zeige ich euch jetzt nicht, aber nur, dass ihr wisst, das mache ich noch und genauso hier das Silikon kommt noch rein und jetzt ist es soweit, dass wir sagen, ja okay, wir brauchen jetzt das Mainboard oder unsere Loch Raster Platine und wir schauen nochmal kurz auf die alte das ist die alte und was ja da wirklich schlecht war oder was nervig war es war ja hier das Potentiometer für die Einstellung vom Sonnensensor direkt unter dem ESP32 also keine Chance, dass man da dazukommt grundsätzlich ist es so, man stellt das einmal ein und dann sollte es ja auch passen war ja bei mir auch so der Fall aber es ist trotzdem einfach ärgerlich das Problem, warum ich das so gemacht habe war ja nur wegen dem Platz jetzt hier haben wir ja viel mehr Platz das heißt, ich kann mit dem ganzen Zeug hier rausgehen und es sind auch keine Klemmen hier unter dem ESP32 und das neue Mainboard, das habe ich auch schon gefertigt das ist hier und das schauen wir uns jetzt gleich einmal im Detail an an der Hardware habe ich auch einiges geändert zum einen, wir haben ja jetzt mal ein größeres Board was auf jeden Fall gleich geblieben ist, ist hier dieser TP4056 das ist unser Laderegler hier wird die Batterie angeschlossen an dem Klemmblock und an den kommen die 5 Volt hier die von unserem DC-DC Converter kommen der wiederum vom Solarpanel gespeist wird und was jetzt neu ist, ist hier die Anspeisung zum ESP32 selbst oder zu unserem Board und die geht hier von Out, Plus und Minus ganz normal einmal hier rein und kommt auf dieser Leitung hier heraus und wir haben ja hier auf der Rückseite einen Anschluss für eine Lithiumzelle und den Anschluss nehme ich jetzt hier weil da haben wir den Vorteil, dass wir hier die Spannungsunterschiede also auch bei der Ladeschlussspannung von 4,1-4,2 Volt was hier der Laderegler so bringt unempfindlich sind und wir können auch hier viel mehr Energie sparen das Ganze, die Speisung geht ja dann anders rein in diesen ESP32 und das ist eigentlich der Grund, wo ich gesagt habe okay, die Hauptspeisung, die ändere ich denn da kann ich beim Thema Energiespann noch einiges rausholen wobei zu dem Thema, da müssen wir sowieso noch ein eigenes Video machen das wird dann auch demnächst mal kommen das möchte ich heute nicht mehr machen weil das ist einfach zu viel dann damit das Video wieder, weiß ich nicht, 50 Minuten lang oder so das wollen wir nicht und das ist mal das Thema Energieversorgen das heißt, er wird hier gespeist und dann hat er ja intern seinen Voltage Regulator und da haben wir dann die 3,3 Volt die hier auf den zweiten Pin rauskommen und die sind dann stabil und jetzt geht es dann weiter hier wir haben die 3,3 Volt wir haben Ground das heißt, das geht hier auf den Hauptklemmblock rauf das ist der, was zum Messkopf rauf geht das heißt Ground 3,3 Volt dann parallel zu diesen 3,3 Volt im Messkopf hängt dann unser Fotowiderstand und die Rückleitung vom Fotowiderstand geht dann hier zu unserem Trimmer der ist jetzt auch neu wir hatten hier einen Potentiometer mit 1 Megaohm jetzt habe ich hier einen Trimmer mit 500 Kiloohm 500 Kiloohm geht sich bei mir noch aus da müsst ihr selbst probieren eventuell müsst ihr einen größeren nehmen mit 680 Kiloohm oder so das hängt wiederum von eurem Fotowiderstand ab da müsst ihr selbst ein bisschen probieren bei mir hat es mit den 500 Kiloohm funktioniert das heißt, hier bilden wir ja unseren Spannungsteiler und der wird dann hier analog über D37 eingelesen dann haben wir hier noch unseren S2C Pass ganz normal für den BME 280 da hat sich nichts geändert da sind auch die Pins gleich geblieben SCL, SDA ganz normal wie beim Vorgängermodell schon und am Anemometer selbst da hat sich auch noch eine Kleinigkeit geändert zum einen mal die PIN Belegung ich bin jetzt hier auf D36 der andere PIN, was ich in der Version 1 verwendet habe hat zwar auch funktioniert aber das war wieder so ein PIN vom ESP32 da muss ich es ehrlich zugeben da habe ich zu wenig genau die Dokumentation hier durchgelesen denn das ist ein PIN, der eigentlich nicht rausgeführt werden sollte und den braucht der hier zum Beispiel für den Programm Upload und jetzt ist es oft passiert das ist mir aufgefallen wenn das Anemometer in einer bestimmten Stellung war so dass es ein High ergeben hat dann hat der Programm Upload hier nicht funktioniert oder war es ein Low ich weiß es jetzt nicht mehr auf jeden Fall hatte ich ab und zu das Problem mit dem Arduino IDE dass der Programm Upload nicht funktioniert hat und das hat mit diesem Anemometer mit diesem PIN zu tun gehabt D36 ist aber jetzt ein PIN der ist in Ordnung den können wir verwenden und die ganze Logik hat sich auch geändert weil ich mir gedacht habe eigentlich machen es ja die meisten so man kann es ja machen wie man es will aber grundsätzlich sollte man ja eher nicht die 3,3 Volt dann ständig reinknallen in den Arduino oder in unseren ESP32 sondern die dann einfach wegnehmen das heißt ich bin hier vom Bulldown auf Bull abgegangen das heißt wir haben hier den 10 Kilo Ohm Widerstand der unseren Pegel permanent hier am digitalen Input hochzieht das heißt wenn der Kontakt im Anemometer offen ist liegen hier die 3,3 Volt an und sobald der schließt geht hier der Pegel runter das heißt wir haben dann von High an Low also es liegt eigentlich im Grunde die Masse an ist besser so wenn man es aber jetzt umgekehrt weiterhin so machen möchte passiert auch nichts jedenfalls würde ich euch trotzdem empfehlen falls ihr hier die Version 1 schon so nachgebaut habt eventuell auch einmal plant ein Update zu machen dass ihr hier den PIN ändert das war es aber jetzt hier zu dem Thema das heißt wir können jetzt hier die Platine in Betrieb nehmen das ist wieder eine Loch Raster Platine und die ist jetzt hier schon von mir verlötet da nehme ich ganz gerne so von so Klingel Drahtleitungen oder von so Starntelefonleitungen die Kupferdrehte drinnen die passen eigentlich ganz gut und mit denen verdrahte ich das dann auf der Rückseite einen genauen Schaltplan habe ich noch nicht angefertigt den werdet ihr dann am Blog bekommen da bin ich noch nicht dazu gekommen aber wenn ihr das Video dann seht sollte der Schaltplan auch schon fertig sein unseren ESP32 den können wir jetzt hier schon hinauf montieren das heißt ich schließe das Ganze jetzt hier an wir haben hier den Pluspol unten das ist alles schon so klein das wird schon immer schwieriger aber es geht sich noch aus und zack wir sind drin genau und die Lora Antenne die bleibt hier mal einfach dabei die werde ich jetzt auch nicht austauschen aber auch hier könnte man optimieren brauchen wir aber nicht und dann wird hier der ESP32 einfach wieder so hinauf gesteckt und da ist jetzt schon ein Programm drauf das findet ihr auch auf meinem Blog das zeigt uns jetzt hier am Display die aktuellen Messwerte schon an das heißt ich habe das am Computer schon mit den Pins entsprechend vorkonfiguriert und damit wir das testen können wir müssen das Ganze jetzt hier wieder einbauen ich werde jetzt auch hier wieder Aderhülsen hinauf geben und dann kann das Ganze hier mal angeklemmt werden dann nehmen wir das Ganze mal in Betrieb und dann werde ich hier noch die restlichen Komponenten einbauen das wird dann alles hier reingeklebt so dass das auch ein wenig Abstand hat auch der Akku der wird hier nicht direkt am Boden aufliegen denn sollte hier wirklich einmal Wasser eindringen das kann ja wenn dann nur hier kommen oder durch ein Entdichtungsproblem dann rinnt das aber nicht auf die Platine das ist wichtig und das machen wir jetzt einfach mal Kabel sind angeschlossen vom Platz her es geht sich aus ja sonderlich lang sind sie jetzt nicht aber wir kommen zurecht dann mache ich hier noch eine Isolierung drauf wegen dieser Schraube dass hier auf der Rückseite mal nichts ankommt und jetzt können wir das Ganze so reinlegen und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier diese Nickel-Metall-Hydrit-Zelle anschließen also diese drei Zellen in dem Sinn hat ja eine 1,2 Volt das ist eine Serienschaltung und die schließe ich jetzt hier über den Stecker an und dann schauen wir mal was passiert und der ESP32 meldet sich hier schon mit Sensortest und nach einigen Sekunden wir haben jetzt hier schon die Werte wir haben hier die Temperatur Luftdruck, Feuchtigkeit Sonnensensor scheint zu funktionieren den lecke ich mal ab genau und der Wind da drehen wir auch mal an und auch der 3,2 kmh funktioniert das heißt alle Sensoren funktionieren jetzt werde ich hier noch die Solarzelle anschließen das heißt der hier den werde ich hier auch unternehmen denn den habe ich schon getestet funktioniert und das ist der alte DP4056 oder wie heißt der nochmal schnell ja 4056 den werde ich hier ablöten und der kommt dann zurück den habe ich auch überprüft der ist auch fehlerfrei also den werde ich dann in einem anderen Projekt wieder verbauen in der Zwischenzeit würde ich sagen schauen wir uns noch einmal an was ist denn jetzt überhaupt mit der alten Lithiumzelle die davor drin war der Akku ist jetzt hier 5 Stunden bereits am Labornetzteil dran und die Strombegrenzung ist immer noch aktiv das heißt wir haben immer noch 200 mA und der kommt auch hier nicht auf die Ladeschlussspannung somit ist ganz einfach gesagt der Akku ist tot und wenn es so wäre dass er noch funktionieren würde dann müsste er auf 4,2 Volt hinauf gehen und der Strom müsste runter gehen auf 0 oder fast 0 und ja das ungefähr nach 2 bis 3 Stunden bei dem Ladestrom jetzt wir haben hier 500 mA Kapazität also nach spätestens 3 Stunden müsste es soweit sein und jetzt nach 5 Stunden es ist noch immer nichts passiert ich habe auch hier den Akku vorher mal kurz abgeschlossen und mal einen Verbraucher dran gehängt und dann ist die Spannung sofort eingebrochen also da gibt es keinen Zweifel der Akku hat den Winter hier leider nicht überlebt mit der Hardware bin ich fertig und so sieht jetzt das Endergebnis aus es ist schon alles verklebt hier die Kabel hier haben wir ein paar Kabelbinder noch aufgegeben jetzt wird hier noch das Ganze abgedichtet hier wird noch eine kleine Bohrung reingemacht und dann kommt hier der Deckel drauf genauso wie hier hier kommt auch der Deckel drauf und jetzt noch die Lora Software die schauen wir uns noch ganz kurz an und das war es dann eigentlich dann wandert das Ganze mal in den Garten und zum Thema Software zur Energieersparnis und so da kommt ja dann sowieso noch ein eigenes Video ich zeige euch jetzt hier ganz kurz noch die Software für die Teilnahme zum LoRaWAN Netzwerk und ich arbeite hier wieder mit dieser bekannten LMIC oder LMIC Library und für euch ganz wichtig macht zuerst diesen Sensor Check findet ihr sowieso alles auch auf meinem Blog und dann halt hier dieses große Programm es ist schon ziemlich umfangreich aber es ist nichts besonders dahinter wir haben hier ein paar Pin-Definitionen wir haben hier unseren Adafruit BME280 das ist unser Multifunktionssensor dann hier vergesst nicht eure Station zu registrieren hier kommen dann die einzelnen Schlüssel rein auch dieses Thema bin ich schon mehrfach mit euch durchgegangen hier könnt ihr auch zum Beispiel gerne mal den LoRa GPS Tracker oder so anschauen da habe ich das ein bisschen mehr im Detail noch erklärt hier stellen wir das Sendeintervall ein das werde ich ändern auf 3 Minuten das heißt bei mir dann 180 Sekunden dann ist ganz wichtig hier die Pin-Definition die ist jetzt angepasst auf den ESP32 auf dieses Helltech Board was ich hier habe das könnte bei euch eventuell etwas abweichen ansonsten das ist bereits hier alles in dieser Library inkludiert das habe ich so eins zu eins übernommen da gibt es nicht viel zu erzählen und dann haben wir hier unser DoSend das heißt nach einem gewissen Zeitraum wird das aufgerufen und dann beginnt dieser Sendevorgang da holen wir uns zuerst einmal frische Daten vom Sensor das heißt die Windgeschwindigkeiten die ganzen Sensoren alles soll ausgelesen und ausgerechnet werden und dann lassen wir daraus eine Payload generieren die zwei Funktionen zeige ich euch dann noch und anschließend wird hier schon abgesendet und dann gibt es hier noch den SPI Beginn das ist auch ganz wichtig auch hier dieses Pin-Mapping könnte bei euch eventuell variieren checkt das unbedingt aus und auch hier ist die I2C Adresse aber die solltet ihr sowieso beim Sensortest dann schon geändert haben oder erkannt haben bei mir ist es jetzt hier 76 und das war es soweit eigentlich dann haben wir hier die Void Loop hier haben wir nur dieses Run Loop Once was wir hier immer laufen lassen müssen und ich würde auch hier nicht wirklich viel was reinschreiben was irgendwie blockieren könnte ihr wisst ja Lora und der ganze Join Request und so das ist alles sehr zeitkritisch also da habe ich schon oft die Erfahrung gehabt wenn hier irgendwie oder irgendwelche Sachen drinstehen zu viel dann kann es passieren dass die verzögern und dann funktioniert der Join Request nicht und alle solche Sachen dann haben wir hier diese Get Sensor Data kennt ihr bereits vom Beispiel vom Sensortest und hier wird es eigentlich nochmal interessant und das ist hier diese Generate Payload da übergeben wir Temperatur, Luftdruck, Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Sonnenlicht dann generieren wir hier unsere Payload und die senden wir dann in die Hauptpayload und das wird dann abgesendet zum Thema Payload da zeige ich euch jetzt noch was cooles ich habe ja hier schon ein ausführliches Tutorial darüber gemacht ihr braucht hier auf meinem Blog bei der Suche nur nach Payload zum Beispiel suchen oder es gibt auch irgendwo einen Link und dann habe ich hier so ein Tutorial generell wie funktioniert diese ganze Lora Payload und das Interessante was ich euch hier zeigen möchte wenn ihr hier weit runter scrollt haben wir hier Beispiel Wetterstation und das ist genau unsere Lora Wetterstation ich habe da vor ein paar Monaten schon vorgearbeitet und habe hier schon das Ganze erstellt das heißt hier ist alles beschrieben wie funktioniert die Payload und hier ist dann dieser Decoder der auf unserer Wetterstation läuft und hier ist auch der Encoder den ihr dann in euer Fing Network reinkopieren könnt so dass ihr diese Werte wieder rausbekommt und die Payload braucht jetzt hier stolze 8 Byte bei mir also die ist wirklich sehr sparsam und deswegen habe ich ja auch hier dieses Beispiel genommen und wir sehen jetzt auch kurz mal in die Live Daten rein wir sehen schon vor 4 Sekunden das Ganze ist jetzt schon aktiv und hier haben wir jetzt zum Beispiel schon ein paar Messwerte die wir bekommen Temperatur knapp 18 Grad Wind ist klar ist momentan nichts Feuchtigkeit ist auf 100% ich war mit dem Sensor nämlich kurz früher draußen mal schon deswegen und bei mir ist starker Regen momentan und hier haben wir noch den Luftdruck und in ein paar Sekunden kommen hier wieder frische Daten ich werde das jetzt hier nochmal ändern ich brauche das nur alle 3 Minuten und zum Thema Low-Power da unterhalten wir uns ja dann sowieso nochmal in einem anderen Video jetzt wird es Zeit wir bauen das ganze zusammen und stellen das mal für den ersten Test auf Software ist hochgeladen Software funktioniert das heißt wir können hier den ESP32 vom USB-Bord trennen und dann können wir hier den Deckel schließen und dann geht es raus mit der wieder ins Freie und vielleicht eine Sache noch auf die ich kurz eingehen möchte und zwar lassen wir den hier noch kurz offen und zwar hier diesen Sensor das ist ja auch so ein Lichtsensor den gibt es auch weil einige gesagt haben warum mache ich es denn so kompliziert mit Spannungsteiler und Fotowiderstand und allem drum und dran wenn es so etwas fertiger auch gibt meine Erfahrung mit dem das ist jetzt der BH1750 nennt sich der wenn man den in die Sonne haltet der zeigt immer 100% an und auch bei der Bewölkung braucht da muss schon ziemlich stark bewölkt sein dass der mal reagiert deswegen ist der eigentlich für mich nicht in Frage gekommen also bei mir hat der nicht wirklich zufriedenstellend funktioniert muss ich ganz klar dazu sagen vielleicht gibt es aber noch andere Sensoren vielleicht hat das jemand überhaupt komplett anders gelöst schreibt es gerne in die Kommentare oder ihr könnt mir auch gerne Bilder schicken oder so dann schauen wir uns das auch gerne mal gemeinsam an auf jeden Fall das ist jetzt hier mal das Thema gewesen aber das war noch nicht alles es kommt noch ein Video zum Thema Energiesparen ihr wisst jetzt hier das Ganze der ESP32 läuft jetzt ohne irgendwo einen Energiesparbetrieb oder so oder schaltet irgendeine Komponente ab das heißt hier fließen permanent 20mA das ist viel zu viel jetzt im Sommer ist es kein Problem aber im Winter da müssen wir uns auf jeden Fall was überlegen und das Thema Low Power und Energiesparen und so das ist so umfangreich da habe ich vor einfach noch einmal ein separates Video zu machen genau auf diese Wetterstation auf diese Hardware bezogen aber das ist jetzt zu viel für dieses Video ich denke mal es wird jetzt im Sommer noch kommen ob es jetzt schon das nächste ist weiß ich nicht ich muss mir ja selbst mal anschauen die Station kommt auf jeden Fall jetzt mal raus die steht jetzt einmal ein paar Wochen und dann möchte ich hier einfach Erfahrungswerte sammeln und die bringe ich dann in diesem nächsten Video ein das war es aber jetzt ihr wisst eh wo ihr alle Informationen findet wenn euch das Video gefallen hat dann vergesst nicht abonnieren und ansonsten ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal euer Alex Tschüss bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020